So Freunde, weiter geht das. Gerade bin ich wieder an einem Punkt bei meinem Plot, wo ich so ein bisschen hänge, wo ich mir überlegen muss, wie passt das alles zusammen, macht das Sinn, ist das spannend. Und so sieht der Plot aktuell aus. Ja, ziemlich viel, aber für mich immer noch zu wenig. Ich muss mir da noch mehr ausdenken, vor allem am Ende. Und ja, diese Alternativen kann ich mit dem Tool wunderbar abbilden, beziehungsweise kann mir da wunderbar was überlegen. Das hier ist der eigentliche Plot. Ja, und darunter mache ich dann einfach Alternativideen, wie wäre es, wenn XY passiert und so weiter. So, vorm Frühstück erstmal noch hier schön zwei Stunden an Blut gegen Blut 2 gearbeitet. Ja, und jetzt Frühstück. So, Frühstück verputzt, zwei Stunden auch schon am Roman gearbeitet und jetzt widme ich mich mal meinem Fernstudium. So, fertig mit Lernen und jetzt geht's weiter mit dem Blut gegen Blut 2 Marketing Redaktionsplan.